Warte, ey, ich glaube, ich treffe! Warte, warte, ich versuche es einmal! Ich treffe nie den Korb, Mann, das ist voll langweilig! Warte, ich habe was getroffen! Nein, du triffst auch nicht, warte! Du triffst ihn, ja, komm, ich versuche auch noch einmal! Aufmach! Ja, Moment, BOOM! Nein, ich kann überhaupt kein Maske nehmen, Mann! Aber hey, Leute, was geht denn, Mann? Und wir kommen zu einem neuen Video! Wenn ihr euch nicht abonniert habt, dann lasst unbedingt ein Abo da, Leute! Denn dann verpasst ihr keine Videos! Und wir sind auch momentan auf dem Weg zu einer Million Abonnenten! Also, wenn ihr euch nicht abonniert habt, dann lasst unbedingt ein Abo da! Es würde mich sehr freuen! Aber Alter, hast du es auch mitbekommen? Hä, was denn? IT ist endlich da! Was? IT ist endlich da? Ja, nicht was ich geschrieben! Warte, warte, wo ist mein Handy? Moment! Guck mal nach, Alter! Hier, guck mal, ich nehme mal nachricht, den Schilder ist! Guck, das ist der Supermandy! Oh mein Gott! Er ist da! Er ist angezogen, Mann! Lass sofort dahin gehen, Mann! Ich habe das schon ewig nicht mehr gesehen! Ja, Mann, ich auch nicht! Ich bin richtig gespannt! Ich glaube, ich dich halt! Ja? Ich habe gehört, er ist wieder ins Trickshaus gezogen! Alter, ja, das habe ich schon letztes Mal gehört, ne? Dass er das gesagt hat, dass er da hinziehen will! Oh mein Gott! Ja, das kaputte Haus, Mann! Das hat er nicht wirklich gebracht, oder? Ja, aber ich kann, glaube ich, nichts dafür! Er hat noch nicht so viel übrig gehabt! Ja, stimmt! Er hat seine ganzen V-Bucks für andere Skins ausgegeben! Ja, ach so dumm, Mann! Ja, ist so! Oh mein Gott, ich klingel kurz! Hallo, bist du da? IT! IT! Hä? Oh nein, nicht die wieder! Ey! Ey, die! Was willst du frisch machen? Was geht, Junge? Was geht? Hallo! Ich habe letztens noch eine neue Ritter-Dorf von Pernoblern bekommen! Die ist richtig, richtig cool! Junge, was da warst du? Du hast sie eben mit V-Bucks bezahlt! Genau! Ja, gut, ich habe sie geahnt, ich habe noch kurz mal rein! Guck dir das Haus an! Ja, sie sieht richtig cool aus hier! Alter, ja, voll cool, Mann! Und da oben auch so aus Holz, ja! Mach sogar die Graffiti-Anwenden! Graffiti, lol! Du, ein cooles Haus, Mann! So was will ich auch! Ja, ist so! Komm, mit eurem Schrank an, der ist von Gucci! Was? Alter, der Schrank von Gucci, ey! Alter, wie kannst du dir sowas leisten, Mann! Oh mein Gott! Oh, cool! Warte, ist das Bett von Louis Vuitton! Alter! Alter, das ist ein Corporation mit Supreme gewesen! Alter, Alter, Alter! Übertreib halt! Du bist so heftig, Mann! Du bist so cool! Junge, die Bonze! Alter, guck mal, die Küche von ihm! Leute, die Küche sieht besser aus als meine Küche! Oha, guck mal, liegen noch ein paar Sachen auf dem Boden! Alter, wie soll es sich aufgeräumt? Wie? Ja, und ich habe sogar ein Designer-Fenster! Alter, die nennt sich die Zeitung vor zwei Monaten! Ja! Boah, voll das krasse Designer-Fenster! Ja! Alter, Designer-Fenster! Alter, was hat das denn gekostet, Mann? Ja, Alter, wie du herbeierst! Ja, wie viel Wee-Bugs? Ähm, ja, ich glaube 50! Was? Äh, ja, 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 50.000 kann ja nicht sein! Ja, 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 niemals! Aber könnt ihr auch mit Tomaten irgendwie die Datsche bewerfen? Ja, versuche ich, warte! Und, let's go! Oh, ganz vernehmen! Ich bin mal voll auch geflogen, Mann! Warte, jetzt aber! Boah! Schubi und so! Was mache ich hier? Achtung, meine, fast getroffen! Ich habe auch getroffen! Juhu! Jetzt gleich! Ich will die Mitte treffen! Ich auch! Alles so cool! Äh, ich will die Scheibe gar nicht mehr! Juge! Das geht nicht mehr ab, Juge! Ja! Ja, ist doch mein Haus! Ja, okay, sind alle Probleme, ganz ehrlich! Ja, stimmt! Ist so! Aber wisst ihr was? Was? Obwohl, in der Stadt gibt es neue Sachen zu kaufen mit Wee-Bugs! Hä, was denn? Was für welche? Ich glaube, Autos oder so, habe ich mal gehört! Ja, Mann, Auto, Alter! Oh, was hier? Guck mal, das ist so cool! Ja, pass auf, das ist Polizei-Auto! Das macht doch gar nichts! Ey, lauf! Einziehe! Die Polizei kommt, renn weg! Lauf! Lauf, 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 lauf! Los geht's! Los! Los! Komm, können Sie zum Geschäft gehen, oder? Ja, aber zu welchem Geschäft? Ja, ich glaube, dass wir hier... Uwe, los! Guck mal, wie viele Autos hier stehen! Oh, das sind aber Quats, ne? Das ist ja kein Auto! Egal, wir können uns aber trotzdem alle eins kaufen! Ich weiß gar nicht, ob ich genug Geld dabei habe! Guck mal, hier ist Auto, Joe! Eine Selbstbedienungskasse! Hey, wo? Ja, hey, komm mal! Lass man sich selbst bedienen! Ja, richtig cool! Ist so! Hier schmeißt man die V-Box rein und kann ein Auto nehmen! Das ist ja cool gemacht! Das ist richtig cool gemacht, Mann! Herr Mann, wie wollen wir uns ein Auto holen? Ja, guck mal, das steht das neueste Modell, Alter! Gib dir das mal! Ja, ja, wir brauchen jetzt eins! Guck mal! Warte, Alter, hast du überhaupt genug V-Bucks? Ja, ich glaube schon, ich schmeiß sie mal rein, okay? Ja, weg! Es sind keine V-Bucks! Ja, doch, was gibt's schon? Was gibt's schon? Meine V-Bucks, warte! Probier du mal, Alpha! Alter, pass auf, du machst den ganzen Laden dreckig! So, nimm dir mein ganzes Geld! So! Hab alle meine V-Bucks single dropped! Warte, ich muss auch noch dropen! Warte, warte, warte! Könnt ihr vielleicht mit mir zahlen? Hä? Warte, ich kenne die V-Bucks! Warte, ich fang die V-Bucks, du ja weißt! Oh, oh, ich will die Polizei! Schnell raus hier! Alty, nein! Alty! Ey! Alty! Jüge! Wir serven dich! Schnell hinterher! Ey, jetzt müssen wir schnell wegfahren! Alty, komm! Alter, lauf! Oder fahr! Leute, die kriegen uns! Alty, steig auf! Fäh! Wo sollen wir hinfahren? Ey, was soll ich hier? Keine Ahnung, Mann! Alter, wir können nicht hier stehen bleiben! Wir müssen weg hier! Ja, lass uns doch nicht wieder aus! Alty, nein! Ah, komm mal, ich flieg weg! Ich kann fliegen! Alty! Ah! Alty! Alty, nein! Warte, ist deine Beine runtergeflogen? Nein! Ja, ich bin tot! Alty, stopp! Oh nein, was soll ich jetzt tun? Oh! Ich habe doch alles geflogen! Nein, das ist immer noch dein! Warte! Ey, nehm ich mal mit! Warte, 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 warte! Der muss jetzt dein Auto runtergefallen, oder was? Ja! Oh Mann, ja, geil, wir kriegen... Ey, Alty, bist wechseln! Alty! Du fällst uns kaputt! Alter! Hier, geh weg, Mann! Genau! Das ist das beste Auto, wir waren in vier! Das ist mega cool! So, ich fahre jetzt mal zu der Garage! Du hast ja mega die große Garage, du kannst ja bestimmt drei von den Dingern reinparken! Nein, glaub ich! Wir haben hier abgeräumt! Nein, Alty! Nein! Ey, warte aus! Du guck mal! Oh, ähm, die packt gerade aber irgendwie aus! Moment! Alty! Du, wer weiß, wie teuer das ist! Anna, das sieht ja voll hässlich aus, so! Ja, das muss immer wieder repariert werden! Junge, es wird so viel Geld kosten! Alty, was machst du denn? Ja, ich frage einfach mal nach oben nach Geld! Die gibt mir fünf Euro! Für wie was? Ja, die fünf Euro gibst du mir dann, okay? Ja! Gut! Heine Kutze! Hey, warte, Alter, hast du überhaupt schon mein Haus gesehen? Mir war gar nicht! Ja, guck mal! Hier haben wir die Küche! Guck! Ja! Das sieht mega cool aus, ne? Ja, das gibt's doch nicht! Ja, komm mal mit! Und hier ist mir hier mein Wohnzimmer mit Fernseher! 4K ist da sogar drauf! Wow! Eins ab! Ja, echt ist 4K! Komm, wir haben sogar mein Kopf mit... Ey, du Blödsinn! Ah! Hi, Alty, ich muss jetzt immer mit dir aufräumen und so! Ja, egal, das ist doch oben! Ich muss dir hier noch alles zeigen! Guck, hier ist mein Zimmer! Moment, hier! Ja, das ist coole Wände! Ich weiß! Ich habe selbst ausgesucht! Ja, wenn du an Alex es gehst! Das ist so exzellent zugekauft! Alter, Kirst, ist sogar das neue Buch von Peppa Pig! Das ist nicht Peppa Pig, Junge, Alty! Genau, das ist nicht Peppa Pig, Alter! Und hier ist noch ein Zimmer! Ja, Alty, komm jetzt! Alty, auf geht's! Wow! Auch cool, ne? Alter, guck mal da! Blaue Poste von Filios und Ferb! Das ist nicht Filios und Ferb, Junge, Alty! Ja, was ist denn? Hä? Was ist das? Keine Ahnung, was das ist! Ich erkenne es nicht! Keine Ahnung! Und hier ist das mal, Alty! Guck! Alter, ich habe auch so eine Badewandel! Hast du keine? Nee! Oh, du Armer! Ja, du wäschst dich eh nicht, Alty! Ist doch eh nicht schlimm! Alty! Designabwandel, Wanne! Warum machst du die dreckig? Damit ich mich wieder Asana machen kann! Juhu! Bin zu stressend! Ähm... Nein! Okay! Ey, du hast sogar geschützt, ich bin nicht! Bist du mit Clubmann? Aber jetzt ist sie raus, bevor du mein ganzes Haus noch kaputt machst! Komm! Ja, ist so, Alter! Der zerlegt dein ganzes Haus! Aber Leute! Was denn? Ich habe alles vergessen! Was hast du vergessen? Die Autos! Ja, die lassen wir jetzt hier mal aus! Ja, die sind doch da drin schon geparkt, oder? Ja, gut! Aber soll die mal meinen Spielplatz sehen? Ich habe einen Privatspielplatz! Was? Hast du ihn nicht! Labe doch nicht! Guck mal, hier ist mein Haus! Was? Loll! Loll, Alter! Hey, wie teuer! Warte! Wie viele V-Bugs? Ähm... Ich weiß gar nicht! Aber guck mal, hier kann man rutschen! Juhu! Hey, ich komme auch! Hey, ich fasse da gar nicht durch! Hey, ich komme nicht hoch! Na jetzt! Yeah! Warum hat die Grillplatz gelegt? Warte, was soll doch mal! Alles gott so Spaß! Lieber einfach vor mir zu rutschen! Ich auch, Mann! Ist so! Alter, Alter, du hast sogar einen Grill! Wir können ja mal eine Grillparty machen! Ist so, auch mega cool! Ja, Mann! Die Grillmutter sind für uns alle! Neu! Aber ja, heute würde ich sagen, was ist mit dem Video? Das bleibt uns gefallen! Schaut bei uns und bei uns vorbei! Und dann würde ich sagen, tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017